Herzlich willkommen zu meinem neuen Video. Erstmal spektakulär, dass ich mal wieder vor der Kamera bin und auch cool, dass ich bei Tageslicht im November um die Uhrzeit filmen kann für euch. Und das finde ich auch ziemlich toll. Und ich wollte dieses Video dazu nutzen, mal mit euch zu sprechen und ein paar Infos zu geben, denn ich werde heute am 29.11.2017 um 19 Uhr einen Stream auf meinem Kanal hier machen und ein bisschen mit euch reacten und quatschen. Das möchte ich in Zukunft vielleicht auch öfters machen und dafür kann man mich in Zukunft unterstützen. Wenn ihr öfters Streams sehen wollt, könnt ihr mal den Hashtag streamen unten reinschreiben, dann sehe ich auch ein bisschen, ob da überhaupt so ein bisschen auch Interesse da ist von euch, ich hoffe zumindest. Und ich werde heute Abend mit meinem Kumpel streamen, da werden wir auch auf seinen Kanal dann auf Twitch wechseln und da ein bisschen zocken. Also es wird, denke ich, eine ganz coole Geschichte, so ein paar Stunden lang und da freue ich mich auch schon drauf und ich hoffe, ihr seid da fleißig dabei. Solltet ihr das Video später sehen, dann könnt ihr hoffentlich in Zukunft dann öfters mal Streams sehen. Ich werde jetzt für einen PC auch sparen, der gut genug ist, um solche Streams halt auch machen zu können und vielleicht auch da mal zu zocken und so weiter. Und die sind allerdings ein bisschen teurer. Jetzt hatte ich ja im Sommer schon angekündigt, dass ich mal eine Patreon-Seite machen möchte und viele von euch waren auch ziemlich begeistert und haben gesagt, cool. Manche haben aber auch gefragt, für was brauche ich denn das und für was möchte ich das Geld ausgeben. Und ich möchte in den Kanal weiter investieren. Ich mache ja mal eine ein bis drei Videos, in der Regel sind das zwei bis drei und da braucht man vielleicht auch mal eine bessere Kamera, damit man nicht immer dieses Weitwinkel, diese Weitwinkel-Geschichte hat, wie bei dieser Canyon Negria und vielleicht auch ein bisschen anderes Equipment, was jetzt den Computer angeht, der halt sehr teuer ist. Und das geht halt ziemlich ins Geld. Ich bin Student momentan und auch in Zukunft, wenn man da normal arbeitet, hat man nicht immer das Geld zur Verfügung, um sich dann auch dieses Hobby immer so ausüben zu können, wie man will und sich auch so zu verbessern. Von daher ist das halt für mich eine ganz coole Geschichte und für alle, die mich unterstützen möchten und ich werde halt auf das gefragt, wäre das eine coole Geschichte. Ihr könnt mich dann da supporten und ihr könnt auch gerne mitgestalten, was ich euch da anbieten kann. Ich folge ja schon allen von euch, wenn ihr aktiv seid auf Twitter, Instagram oder auch Facebook, schreibe ich jedem zurück und auch in den Kommentaren bin ich aktiv. Ich weiß also gar nicht, was ich euch jetzt wirklich anbieten kann auf Patreon von meiner Seite aus. Also könnt ihr da gerne Vorschläge machen und ihr könnt mich auch auf Amazon unterstützen direkt. Ihr könnt, egal was, über die Links einkaufen unten und es ist auch vollkommen egal, auf welchen Link ihr da drückt. Ihr unterstützt mich und ihr zahlt den komplett gleichen Amazon-Preis. Ich kriege dann eine Provision von Amazon und das ist eine runde Geschichte und so habt ihr mich auch unterstützt, ohne wirklich Geld zu donaten. Und ich werde auch irgendwann mal so einen PayPal-Link oder einen Tipi-Stream-Link noch unten einfügen. Ich habe auch einen Donation-Tracker, da kann man mir auch was donaten. Das ist allerdings noch nicht wirklich gut angekommen, also da hat noch nie jemand was gespendet. Aber über Amazon läuft das schon ab und an ganz gut. Also danke an die, die ab und an mal was kaufen und wenn ihr an Weihnachten vielleicht darüber was einkaufen wollt, freue ich mich natürlich. Also nur mal so als kleiner Hinweis. Und wie gesagt, ihr könnt da kaufen, was ihr wollt. Ihr könnt auch den Link, der unten ist, in euer Lesezeichen einfügen. Da müsst ihr nicht extra mal auf YouTube gucken und dann erst darüber einkaufen. Also es gibt da verschiedene Möglichkeiten. Und ich würde mich freuen und das unterstützt den Kanal. Die Patreon-Geschichte ist natürlich auch super. Und all diejenigen, die jetzt kein Geld haben und mir auch gar nicht donaten wollen oder können, das ist vollkommen in Ordnung. Wenn ihr stille Zuschauer seid und meine Videos gerne guckt oder auch gerne Likes da lässt aktiv und auch Kommentare schreibt und allgemein auch die Videos teilt oder euren Freunden davon erzählt und dem Kanal so helft, ist das die Basis von allem. Und so funktioniert der Kanal auch nur. Und ich bin jedem dankbar, der das halt auch schon macht. Und von daher möchte ich gar keinem großartig hier und was aufzwingen. Aber in Zukunft kann man mich halt über diese Links auf Amazon, also konnte man schon immer, aber halt über diese Links unterstützen. Und halt über Patreon, das ist jetzt neu. Und ansonsten guckt ihr die Videos so wie ihr habt. Und da bin ich auch jedem froh drüber. Aber ich wollte das halt jetzt nur mal ankündigen und ich werde halt in Zukunft öfters mal drauf hinweisen, in den Videos ab und an. Aber auch so, dass es jetzt nicht hoffentlich nervt. Sollte es dann in Zukunft nerven, schreibt das gerne in die Kommentare, dann versuche ich das auch zu ändern. Aber ich denke, wenn man am Ende des Videos das mal kurz drauf hinweist, ab und an zumindest, ist das denke ich in Ordnung. Da gibt es schlimmere Kanäle. Von daher freue ich mich und dann sehen wir uns wahrscheinlich am Sonntag wieder. Ich bin zwar ein bisschen erkältet und ich hoffe, es bricht jetzt nicht aus, aber sollte doch möglich sein, dass ich zu Sonntag dann nochmal ein richtiges Video mache. Das ist ja jetzt nur ein kleines Talkvideo gewesen. Vielen Dank für euren Support, Hashtag Support, wer bis zum Ende geguckt hat. Und ja, bin mal gespannt, wie viele dieses Video, was jetzt nicht so interessant ist für die meisten, denke ich, dann noch gucken werden. Da bin ich auch sehr dankbar, dass da mehrere hundert Leute sich auch das Video mal angucken und sich einfach auch interessieren, was mit dem Kanal so los ist. Und ich hoffe, ich sehe einige von euch im Stream nachher. Bis bald und ciao, ciao.